Geschätzte Fahrgäste, herzlich willkommen in der S55 nach Hergiswil, Alpnachdorf, Sarnen-Nord-Sachseln. Die Zentralbahn wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt. Hergiswil. Dieser Zug fährt weiter als S55 nach Alpnachdorf, Sarnen-Nord-Sachseln. Alpnachdorf. Sarnen-Nord. Sarnen. Nächster Halt. Sachseln-Endbahnhof. Im Namen der Zentralbahn vielen Dank und auf Wiedersehen. Geschätzte Fahrgäste, herzlich willkommen in der S55 nach Sarnen, Sarnen-Nord-Alpnachdorf, Luzern. Die Zentralbahn wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt. Luzern-Endbahnhof. Im Namen der Zentralbahn vielen Dank und auf Wiedersehen.